Hallo, Taro im Berufskraut-Gewächs mit Grashüpfer im Hintergrund und ich habe hier ein kleines Kastendichtel hier gebaut, zusammengeleimt, mit so Klemmen festgeschraubt, damit gut der Druck ist. Hier ist das Mundstück, die sind abgeschliffen, 3 cm auf 2,5 cm, und geht hier so einen Kanal durch, der ein bisschen größer wird, so von 3 auf 5 cm, das ist hier die Öffnung, das sind hier zwei ausnahmsweise Leimholzplatten an Fichtenstäbchen, Wir können das Ganze noch mit Leimholzplatten einlassen. Jetzt spielen wir mal ein bisschen drauf, wie es klingt. Wir können das Ganze noch mit Leimholzplatten einlassen. Wir können das Ganze noch mit Leimholzplatten einlassen. Wir können das Ganze noch mit Leimholzplatten einlegen. Änghaltsp acts in superheroes in Deutschland und Sie genau Foundation. Und dann sehen wir whiskey dette aus und employers noch mit Leimholzplatten. Wir können das Ganze noch mit Leimholzplatten einlegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020